Hallo Fans, Schlotterbecks Zukunft wurde aktualisiert. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Mit Nico Schlotterbeck und Niklas Füllkrug stehen derzeit zwei BVB-Spieler auf den Wunschlisten einiger Top-Klubs. Atletico de Madrid und Milan sollen an Füllkrug interessiert sein, während das spanische Portal Relivo berichtet, dass Real Madrid großes Interesse an Schlotterbeck habe. Bild will nun wissen, wie Borussia Dortmund damit umgeht. Dem Bericht zufolge gibt es seitens der BVB-Bosse eine klare Position zu diesem Thema, sie haben beschlossen, keinen von ihnen aufzugeben und sind fest entschlossen, mit ihnen in die neue Saison zu gehen. Schlotterbeck hat sich in den letzten Monaten zu einem Schlüsselspieler in der Abwehr entwickelt. Im Fall Füllkrug ist das Geständnis vielleicht etwas überraschender. Immerhin hat der BVB mit Serugirassi einen neuen Stürmer verpflichtet, der nicht auf der Bank sitzen wird. Mit Sebastian Haller und Yusufa Moukoko ist der Sektor überfüllt. Wir sind uns bewusst, dass es nicht ideal ist, mit vier Stürmern in die Saison zu starten, sagte Sebastian Kehl. Bleibt Füllkrug, ist es wahrscheinlich, dass Moukoko und Haller den Verein verlassen. Die grundsätzliche Einstellung der Dortmunder zum Stürmer könne sich nur durch ein großes Angebot ändern, heißt es. Wenn Atletico 30 Millionen Euro anbieten würde, würde ich wahrscheinlich anfangen, darüber nachzudenken. Dies scheint derzeit jedoch nicht der Fall zu sein. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten.